Hallo und herzlich Willkommen zu meinen 100 Abonnenten Special. Als ich die 100 Abonnenten erreicht habe, fuhren wir auch das erste Mal seit langer Zeit wieder mit Dampf. Und für mich ist das sogar das allererste Mal, dass ich den Dampfbetrieb bei der Angener Dampfeisenbahn miterleben darf. Und darum gibt es heute dieses auch als 100 Abonnenten Special. Ich hoffe die folgenden Videos werden euch gefallen. Vorschläge Spannung. Das war's. Sollte die Wurzeln und die Wurzeln. Das war's. 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 Das war's.